Siri hat neuerdings einen Wettermensch hineingefunkt, also sich aktiviert, während er moderiert hat. Und das Gleiche ist mir letztens auch passiert, beim Sex, in einem ganz unpassenden Moment. Die Suche nach deinem Penis hat ein kleines Ergebnis gefunden. Wobei, in Thailand habe ich die grösste Kondomgrösse. Gut, das ist auch nicht so schwierig. Ja, und dann hat Siri gerade nochmal reingefunkt. Spielelead, she works hard for her money. Obwohl, ist es überhaupt ein Ski gewesen? Jetzt sind auch die Spendersammler wieder aktiv, ganz viel, um ganz viel Geld zu sammeln. Und das habe ich auch mal gemacht, letztes Jahr zum Beispiel. Und jeder sucht sich ja dort seine Zielgruppe, jeder Spendersammler. Ich habe zum Beispiel immer den Muster, Schwiegersohn. Ich habe zum Beispiel den Muster, Schwiegersohn gespielt, bei den 40- bis 50-jährigen Damen. Und das hat eigentlich bei allen sehr gut funktioniert. Ausser bei meiner eigenen Schwiegermutter. Nein, Spass, ich habe keine Schwiegermutter. Aber Geld habe ich, PKZ. Also so, der Kleidermarke. Nein, Spass, Papa kann es allen. Ab und vorab bin ich mit dem Porsche von Papi. Der Harvey Weinstein hat letztendlich in einem Interview gesagt, er sei einer der grossen Frauenförderer in Hollywood gewesen. Also ich meine, wer jetzt wirklich denkt, also wenn der jetzt wirklich ein Frauenförderer ist, dann ist der Trump ein Feminist, der Ueli Maurer Englischlehrer und der Mike Schiwacher wirklich Kaffee so zu lesen. Und jetzt hat tatsächlich eine Statistik gesagt, dieses Jahr hat der Trump sage ich anscheinend 15'413 fragwürdige Aussagen gemacht. Aber ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, das habe ich in meinem letzten Franz-Vortrag auch geschafft. Aber ich lerne es ja auch erst in zehn Jahren. Aber ich hätte halt in Franz so gut aufpassen sollen wie der Schneider-Ammann. Und der Franz-Lehrerin hätte nicht auf den Füssen schauen sollen. Ich habe einen kleinen Fetisch. Du kommst nach der Sendung noch zu mir. Ja, der Trump hatte jetzt da keine Freude gehabt als Feminist. Die Aussage über den Trump haben mich gerade ein bisschen gickerig gemacht auf noch mehr. Und dann bin ich so geschaut auf eine Website, die so Zahlen über das Leben darstellt. So Zahlen, was man das Ganze erlebt in seinem Leben. Acht Spinnen, stellt euch vor, acht Spinnen krabbeln uns während dem ganzen Leben, während wir schlafen, ins Maul. Und ich meine, what the fuck? What the fuck? Ich meine, neben meiner Dorantel zu Hause, also meine Frau, habe ich noch eine Hausspinne. Mit dieser Hausspinne. Wir haben einfach klare Regeln abgemacht. So, nicht ins Maul. Nicht ins Maul. Wobei mir das meine Frau auch verbietet. Konservative Schönheit. Schönheit. Ich liebe dich, Schatz. Ah nein, nein. Den brauche ich noch für schlechtere Zeiten. Zwar schlechtere Zeiten als momentan kann es sie auch nicht geben. Okay, kriege ich kein... Oh, okay, schade, schade, schade. Ja, ja, jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist es spät. Jetzt ist ja Weihnachtszeit. Zeit zum Geschenkchen kaufen. Und dann bin ich tatsächlich mal ein bisschen schauen, was es da so rumgibt. Oder zum Beispiel eben auch Wichtelgeschenkchen. Dann gibt es tatsächlich so eine Aromatherapie, wo man den Geschmack selber auswählen kann. Ich fände das eigentlich noch cool. Weisst du, wenn ich den selber auswählen könnte, meine Favoriten wären so der Duft von frisch gespreiter Graffiti am SBB-Zug. Oder der Duft von meinem Wanderrucksack, wenn ich ihn im nächsten Sommer wieder aufmache. Und dann kommt mir so der Duft entgegen von einer vergessenen Banane. Aus letzter Saison. Und nicht mal ein Forensiker könnte die Bananenleiche identifizieren. Es ist so entstellt. Oder der Duft nach einem Brusttraining. Oh, was ist jetzt da passiert? Wenn ich so meine Flaschen aufmache und dann vergessen habe, letztes Mal den Proteinshake rauszuspülen. I love it. I love it. Ja, das wäre es hier vom Stand-Up. Danke vielmals. Das war Fabian Necker. Danke vielmals. Danke. Danke.